Hallo erstmal und Willkommen zurück zum SkyBlog. Wie ihr seht, die ganzen Schafe sind natürlich wieder am durchdrehen. Ich werde demnächst, wie ich es jetzt schon zum einen mehr und mehr gesagt habe, irgendwann vielleicht mal ein Mikrofon haben. Vielleicht sogar, wenn die Folge schon draußen ist, weil ich nehm das hier gerade am Mittwoch auf. Sorry, das Video wurde irgendwie gesperrt, das SkyBlog11, weil ich da anscheinend irgendwie urheberrechtlich geschützte Musik hintergepackt habe oder irgendwie sowas. Dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen, aber ich glaube, ich habe die Folge schon nochmal hochgeladen, glaube ich. Ja, müsste ich nochmal hochgeladen haben und diesmal dann ohne diese Musik. Ähm, das tut mir leid, das wusste ich nicht, dass das dann gesperrt wird oder dass das irgendwie geschützte Musik ist. Und ja, bist du gerade unten im Banner-Shop? Äh, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin im Banner-Shop. Moin. Also, wie ihr seht, wir haben hier schon, wir haben ja die Preise. Aber willst du mich verarschen? Was denn? Diese Kästchenblau-Dingsbums da. Achso, sorry, mein Computer ist gerade am ausrasten, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört. Ähm. Die Dinger sind nicht wert, wir müssen erstmal loswerden. Mann, die kosten 20 Taler. Nicht mehr, nicht weniger. Ist das im Ernst? Ja, ich bin da alles an der Geschäftsmann hier. Nicht. Bist du wieder an den Tisch rangerückt? Nein. Nein? Doch, ich glaube schon. Nee, ich hab nur, es gibt so einen Winkel an meiner Tastatur, in den hau ich jetzt mal. Da ist die Letters riesig laut, aber wenn ich einen anderen Winkel nehme, ist das verweist. Dann nimm den anderen Winkel. Mach ich auch. In jedem Video habe ich eine Schrift eingeblendet, dass deine Tastatur so überzwiebeln, über, über doll nähert. Na, ich könnte mal was anderes ausprobieren. Ähm, gucken, ob ich damit spielen kann. Der Computer rastet gerade richtig aus, als würde er irgendwie, keine Ahnung, scheiße genommen oder was weiß ich. Irgendjahr, weil ich nochmal hier drücke. So, ich habe jetzt das Ring auf X gedrückt. Was? Oh Gott, das ist das gar nicht. Ja. Probier mal. Nein. Mach mal, spring auf X. Kein Bock nicht. Damit probier ich gerade das Spuren. Ja. Oh, die Schafe sind aber mega am... Alter, was haben die genommen, dass sie so viel wachsen? Das ist krass, oder? Das ist nicht nur krass, das ist krass krank. Oh, stopp. Äh, kannst du kurz das Inselbiom wieder aufs Dungel machen? Warum? Warum? Sonst wachsen hier keine Trötenwachen. Oh, so weh. Okay. Yolo. Alter. DTF, warte, fuck, scheiße, boom. Erfolg frei. Oh Gott. Jetzt ist da noch Creeper drin. Ja gut, ey. Ja gut, ey. Ja gut, Creeper mal explodiert. Ja, get wrecked, move habe ich als erfolgsfrei gescheißelt. Ja gut. Oh, get wrecked, du scheiß Mut. Hast du den auch bekommen? Naja, den hast du gleich bekommen. Naja, aber wieso habe ich den nicht vorher schon mal bekommen? Keine Ahnung. Insel, Bahn, ah, outside. Oh, outside. Ähm, da liegen noch Sachen drin, ne? Warte, hier. Oh, das füge ich mal schnell auf, okay? Kameranzahl. Da liegt noch was drin, hallo? Oh. Da liegt noch was da drin. Ich habe es gerade, oh, ich habe schon elf Level. Nice. Cool, ich habe mein gesamten Level verloren. Wuuu. Cool, ich habe nochmal, äh, ich habe deine Level aufgesammelt. Das ist ja wieder zu, Bar. Ja, das kann ich mal machen. Warte. Es wird beim 30 Abos Special, aber wir wissen ja schon ganz genau, was wir machen. Oder müssen wir bei allen 15 irgendwas scheiß mal ein Abo, äh, ein Special machen? Spezie. Hier, warte, du musst es einsammeln, warte, 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 hier, nimm mal die zwei Kohle. Hier, nimm zwei Kohle, ich kann es abholen. Halleluja, halleluja. Halleluja, scheiße. Was? Ah. Hallo, hallo, bla bla bla. Wir brauchen mehr Algen. Mehr Algen? Eisen. Und Algen. Logikfilter einschalten. Ich sage immer nur Logikfilter. Spaß. Oh ja, deine Logik. Weißt du noch, was du sagst? Was? Dein, nichts, oder? Was meinst du? Was soll ich schon sagen? Was soll ich schon sagen? Was du mir wollen sagen? No? Sonntag. Also, die anderen Leute da aufgenommen haben. Was? War das so Sonntag? Red einfach mal normal, so. Heißt du, letzten Sonntag, als, äh, ja, als wir diese anderen Typen ausgenommen haben? Viel. Schau mal, deine Logik. Was sie mit deiner Logik zerstört. Worum geht's, Rode? Hallo? Hi. Hi. Worum geht's? Wie geht es dir? Hallo, nein, jetzt mal im Ernst, worum geht's denn überhaupt? Na, von letztem Sonntag. Weißt du doch. Ja. Sonntag, der Tag, kennst du? Frühschoppen. Du kennst Sonntag. Ja. Gut. Letzter Sonntag. Haben wir, was, warst du nach Bayern gesagt? Ja. Und wie wir die anderen Leute das direkt haben. Achso, du meinst, ähm, achso, da, wo wir dann einmal einfach um den Wald rumgelaufen sind. Ja, das war so lustig. Ach so. Also, es waren so richtig viele Kinder, also so richtig viele Kinder da. Kleine Kinder. Und wir haben halt in so einem kleinen Waldstück. Also, in so einem Wald haben wir halt irgendwie Räubern-Sundamen oder so gestört. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen peinlich, aber naja. Wir sind einfach einmal komplett um dieses ganze Grundstück, sag ich jetzt einfach mal, drumherum. Weißt du, Baum? Na, geht doch. Wir sind einfach einmal um das ganze Grundstück ungefähr um Roma herumgerannt. Also, um die Hälfte. Um die Hälfte, ja gut. Kannst du machen. Gute, deutsch. Ähm, um die Hälfte. Und ja. Ja gut. Oh cool, ich kann wieder neue Banner machen. Na dann, legen los. Mach das, was du am besten kannst. Scheiße. Ah, ich hab ja Kakaobohn. Kakaobohn. Bring sogar Kakaobohn. Ich überleg gerade. Ich guck mal, nein. Nein, das kriegt man alles. Ach, ich würd's wahrscheinlich beim 30-Abonnenten-Special, wenn wir überhaupt die 30er-Abonnenten schaffen. Spaß. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich die, ähm, unsere Realms 1 vorstellen. Wohin. Da hab ich nämlich jetzt gerade was richtig Nices gemacht. Nämlich da, wo jetzt eigentlich wie Mobfarm steht, hab ich einfach so'n Baum, so'n Tropenbaum, so wie ich den hier gerade abbaue. Einfach so'ne Treppe nach oben gemacht und oben einfach mal ein Haus raufgesetzt. Wo ich mir so, wenn man sich denken kann, ja gut, ähm. Ich hab so meine eigene Etage, ähm, und dann noch meinen Baum. Oh cool, ich hab' ne neue Art von Banner herausgefunden. Ich habe zwei neue Banner. Leute, ich muss jetzt hier, glaub' ich, mal kurz einen Cut machen, weil ich muss schnell mal ein Ladelkabel holen. Nein, Computer ist voll. Oh dear, ich hab' die zwei Banner hier auf Ladel gestellt. Also, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Komm mal zum Haus. Ich bringe dir jetzt die ganzen Kisten hin. Was? Ach, egal, egal. Komm einfach gleich. Nee, musst du gar nicht. Ich zeig's dir einfach gleich. Wom geht's? Wom geht's? Nein. Egal. Ist jetzt egal, warte. Sag's dir einfach gleich. Ja, ja, das hab' ich ja jetzt verstanden. Ich wollte mal wissen, worum es geht. Äh, da ist mein neuer Axt. Yay. Was? Da ist mein neuer Axt. So, und hier kann man dann auch gleich mal ein bisschen Ordnung halten. Ähm, Schilder sollen in der anderen vor. Oh, Junge, du bist wieder an deinen Tisch dran. Oh ja, sorry. Du willst ja besser. Böser Tisch. Diese Tastatur. Jetzt bin ich mega weit von meinem Tisch weg. Wird zwar schlauer, wenn er einfach mal auf die Tastatur verzichten würde. Und einfach mal mit der Laptop-Tastatur was machen, weil das nicht gut ist. Aber das ist egal. Nein. Och, nee. Ich finde diese Kack-Banner-Kiste. Noch mal mehr von diesen mega krassen Bannern. Und nicht immer diese, nicht immer diese Punkt-Banner. Da hat sich auch schon jemand beschwert, dass du immer nur diese scheiß Punkt-Banner machst. Wer? Jemand, den ich kenne. Ja, dann hat er die Serie voll feiert. Oder feierst du die Serie voll, sagst mir mal irgendwann. Und er meinte, ich habe den Diamanten gefunden, nämlich so. Ja, und wenn du die Serie voll feiert hast, was war das der gehört? Na ja, okay. Und meine, dir gehörten ja auch die Sachen alle zumalte, meinte ich so, ja. Ich habe das verkauft, also mein Geld. Ich habe das alles sofort auf der Ölfahrt gepackt. Ich bin völlig bankrot. Das ist gut. Ich muss ausgeleuchtet werden. Wehe, ich muss mich jetzt gleich wieder hier hochbauen, weil ich irgendwo vergessen habe, nur einen einzigen Stamm abzubauen. Dann bin ich mega-depressiv. Spack. Äh, apropos bauen. Bei Hausausweiter. Als ob du gerade so einfach so ein riesen Haus gebaut hast. In der kurzen Zeit. Komm, einfach mal. Ui, oh Mann, mein Jackpad hat keinen Akku mehr. Das Jackpad ist ja auch nur, das Jackpad. Boah, Jackpad ist ja auch nur eine Textur. Schon mal davon gedacht? Yay, kann fliegen. Nicht. Not. Yay, truppenbaumsatzlinge. Wo bist du denn gerade? Ach, das weiß ich, ich überhaupt habe Hunger. Egal. Dann isst doch was. Ich habe keinen S. Gib mir mal ein truppenbaumsatzlinge. Hallo. Ach, dein Ernst? Ah. Fack. Und das hat ja nichts, aber. Was? Ja. Und wann kannst du auch mit dieser Kackstimme machen? Woher hast du das überhaupt? Keine Ahnung. Ah, hast du ihn eingesammelt. Ja, abholen, ja. Als ob wir diese Banner nicht verkaufen würden. Was? Und das ist kein Haus. Das ist eine Terrasse. Oder eine Terrasse, sag ich so. Also, die Banner müssen wir nicht verkaufen. Die sind so einfach zu craften. Äh, die sind ultra nice. Also müssen wir sie verkaufen. Ja, okay, dann. Es geht nicht darum, wie sie gemacht werden. Es geht darum, wie sie aussieht. Ja gut, wenn sie dir halt so gut gefallen, mache ich halt ein paar Neues. Das ist ja tatsächlich die Sache. Die sind ja echt easy to craften. Oder. Ja gut. Gib mir... Eine Minute? Ja. Und ich hab die wieder. Genau die beiden gleich. Eine Minute? Was darf mir zu lange? Was? Was? Und hab wieder zwei. Wir haben viel zu viele Schafe, wir brauchen Kühe. Oder schreib mal in die Kommentare, was wir uns kaufen sollen. Kühe oder... Ich hab genau die selben Banner nochmal. Ne, also nochmal. Kühe, da kriegen wir noch Leder raus, das heißt wir könnten uns dann eine leiste Rüstung machen. Was dann sehr nützlich wäre. Ich bin für Kühe. Schweine. Ich bin für Kühe. Oder Hühnchen, die sich schneller von nähern. Durch die Eier. Nein, das Problem ist nur, was bringen uns Hühnchen außerhalb gebraten Fleisch. Und Kühe sind eigentlich am... Was soll ich sagen? Nützvollsten. 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 Hallo Creeper. Tschüss Creeper. Wie hieß das? Oh, fuck that. Ich bin tot. Warte, warte, warte. Alles klar. Ich glaub, du hast ne Kraft und accept. Ähm... Inhalts, ob ich jetzt einmal direkt gestorben bin. Was ist so krass hier in der Welt? Oh. Oh. Ich dachte, du bist ein Arschloch. Ich dachte, du bist ein Arschloch. Okay, ich hab jetzt 48 Zeugen gemacht. Was ist das für ne Kühefarm reichen eigentlich? Abdeckstoffe. Abdeckstoffe. What the? Stirb! 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 Du scheiß Ding, Mann! Ich hab auch ne Wolle in der... Cool! Wir haben ne neue Art von Wolle. Brausewolle. Brausewolle? Ja. Ähm... Neu Stunden später. Was ist denn eigentlich mit meinem Computer los? Wie auch immer. Ich glaub, die Folge war jetzt schon wieder viel zu lange, weil es ist jetzt schon wieder 15... vielleicht 16 Minuten. Und wie gesagt, da ändert sich auch nicht viel dran, weil, wie gesagt, ich schneide nicht richtig. Ähm... Ja. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat und ihr meinetwegen mal was anderes sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Also, ihr müsst nicht in die Kommentare schreiben, dass ihr das Video mögt. Das könnt ihr auch einfach mit einem Like zeigen. Und... Ähm... Schreibt wirklich mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und... Das seh ich ja dann, wäre das Video überhaupt zu ändern. Wir werden versuchen, zu den nächsten Folgen hin, äh, eine, schräg, schräg, zwei Kühe zu haben. Ähm... Ja, in der nächsten Folge werden wir mal sammeln. Die Kühe. Ja. Na ja, dann... Ich hab... Tschüss! 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 Tschüss!